hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league ja wir spielen heute schätz mal am anfang einfach spielen wir in einzeln und wir hoffen mal dass wir gewinnen dass wir gut spielen diesmal liegt es halt wieder direkt nur an mir oder an meinem gegner jetzt letzte woche ja letzte woche muss es gewesen sein letzte in der letzten folge war das ja nicht ganz so optimal würde ich sagen also da haben wir habe ich hoch verloren wenn ich mich recht erinnere ja das ist schon eine woche her dass ich das aufgenommen habe ich habe leider nichts an meinem controller ändern können oder meine an meinen toneinstellungen das fängt schon mal gut an ja ja das war ein scheiß wieder von mir egal wer immer noch genug zu spielen also man hört mein controller halt immer noch das ist ein bisschen doof ja ich muss irgendwas ändern ich weiß noch nicht was also falls ihr irgendwelche tipps habt könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben ja das läuft aber was war das denn okay das geht schon wieder gut los hier ja ja wer hat nicht getroffen aber was ich will was nicht ist kann aber werden ja ich habe heute versucht irgendwie mal gta aufzunehmen also heute ist gta low white auf raus raus gekommen und alles hat irgendwie nicht hingehauen leider muss ich mal so gucken was sich da machen lässt ich jetzt mal das vielleicht vielleicht heute noch oder morgen da von der folge rauskommt ich kann aber nichts versprechen versprechen ich habe mich versprochen und ich kann auch nichts versprechen äh was ist das was mache ich hier ich werde jetzt jemand verraten mhm ok ähm ja ja haben diese diese speed ah ok 2-0 ja wie weiß ich was das da hinten rauskommt bei mir kommt ja jetzt slime slime oder schleim raus äh hat das irgendwie eine auswirkung also ist neon zeugs irgendwie schneller als schleim oder weiß es jemand ich glaube nicht ne ich glaube das ist gleich die ganze zeit vor meinem tor glaube ich spiel gleich einfach mal ein doppel ich bin so schlecht im moment oh das war eine parade das war gut gut pariert aha und jetzt stürmen wir nach vorne ja komm schaffen wir was oder ah nur mittelfeld passt passt ach was mach ich hier was rede ich immer für ein zeugs und das ist das 1 zu 2 und wir haben noch die hälfte zu spielen also kriegen wir auch hin ne ja ähm ja naja das bringt also dieser schnellchat ja ich wollte mir eine liste ausdrücken und so aber äh der bringt hier ja nicht viel ne weil alleine z oh ey mit mir selbst reden also ich das andere kann er ja auch lesen außer die informationen glaube ich ähm ähm okay ähm ja außer die informationen nein ah okay das ist das 3 zu 1 komm das schaffen wir wohl irgendwie frotter otter ja das spielt ganz gut oder ich spiel einfach sehr schlecht ähm also ich es ist gerade äh null uhr geworden und das heißt dass noch heute diese folge rauskommen wird so gegen 14 uhr wie immer ähm ja so und dann hauen wir noch klappt mal das jo das war ein super tor das 2 zu 3 ich habe das gefühl dass der ton zu laut ist nachdem man es also mein mein dingston mein sprachton mein mikro ja ich fahre wieder zurück und habe einen torschluss gemacht und äh hab ich ein bisschen zu früh gesprungen aber wär ich nicht gesprungen wär hätte ich vielleicht nicht gekriegt ich weiß nicht was ich rede ich red einfach mal drauf los und uh uh das das gut das gut und das ist nicht gut und das ist noch weniger gut und was mache ich hier eigentlich wieso wieso mache ich das was ich hier mache uuuu uuuu alter das ist spannend hier ok so also alter ich muss meinen 3 zu ja da habe ich ihm eine Flanke vorgelegt das ist natürlich scheiße 4 zu 2 ja das wird knapp 15 sekunden für ok nein 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 oh leute was zum so gute chancen habe ich und ich baue sie einfach nicht aus kennt ihr das wenn ihr einen fußballverein mögt und ihr einfach denkt was zum geil machen die da ich habe 10 punkte für Zauberei bekommen wieso Zauberei ok was was habe ich gemacht kann mir jemand sagen was ich gemacht habe wieso ja ich habe noch 33 punkte so ist das Leben lass mit suchen so jetzt machen wir mal wieder einen doppel ich 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 ähm ich würde sagen nächste Woche nächste Woche wie ist immer nächste Woche eigentlich weiß es jemand nein ähm in der nächsten Folge werden wir mal wieder einen Dreier machen ähm und vielleicht vielleicht auch mal Ranglisten los spielen also wir sind ja jetzt in keiner Rangliste ne da steht ja immer ranglos aber aber ähm ich meine so halt äh wenn man das einstellt beim suchen da oben drüber halt ne ich weiß nicht ob das was bringt ich glaube nicht keine Ahnung auf jeden Fall gibt es dann so ein Vierer Match das können wir auch mal ausprobieren ja werden wir mal sehen ne was sich so machen lässt na ja okay so jetzt wollen wir doch mal hier was reißen mit dem lieben Tommy glaube ich wenn ich das richtig gelesen hab gegen ach ich kann nicht lesen nein gegen Big Beudel ja das ist ein toller Name Big Beudel und Snitsky Snitsky ja und Tommy mit Tommy mit dem lieben Tommy das läuft doch nicht im Moment hatte ich in der letzten Folge auch schon diesen Fliegerhut auf glaube nicht ne ja ich glaube ich geändert ich bin mir sicher es ist schon eine Woche her dass ich aufgenommen habe oder oder dass ich Rocket Leech Leech wieso sag ich immer Leech das heißt nicht so Rocket Leech Jo Rocket Leech aufgenommen habe ja und dann dann ist es jetzt 0 Uhr ich nehme die Folge in erste Folge auf das heißt nehme noch ca. eine Stunde oder anderthalb auf für Rocket League dann dann nehme ich noch City Skyline auf und dann werde ich nochmal bei GTA reinschauen davon ist ja noch gar keine Folge online gekommen ihr habt es höchstens schon in meinem Kanal Trailer gesehen aber sonst halt nicht ja ich hatte heute ja schon eine Folge so fast aufgenommen das hat halt leider nicht funktioniert und jo komm jetzt hauen wir mal einen raus ja den Flanke und ah das war natürlich scheiß jetzt egal wir schaffen das abgefälscht glaube ich abgefälscht die falsche oh Big Beutel dann wieder ein ach aufgeben wird bestimmt nicht aufgeben das ist ja das ist ja lächerlich ey ich muss wach bleiben ne die ganze Zeit mit Energy und Cola viel viel Zucker aber ich gehe morgen aber wieder trainieren was das ich gebe nicht auf es steht 2 zu 0 er will schon aufgeben wenn er jetzt einfach die Lobby verlässt ne dann ja das ist ein gutes das ist ein Tor das ist ein Tor das ist ein Tor Tommy 2 2 1 0 hat einen guten Schuss gemacht das ist doch super Tommy schreibt so die ganze Zeit give up please also er schreibt die ganze Zeit Sachen jetzt heulen wir nicht rum das ist ein tolles Auto wann ist dieser komische Bulli freigeschaltet weiß jemand das war falsch ja es gibt ja so einen Wohnwagen oder sowas Wohnmobil gibt es alles was freigeschaltet mhm 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 soo weg da Dingern komm hau ihn weg hau ihn weg ahhh was soll da Mist hier und und nein, das gibt es nicht BAM, Vorlage Tommy221 hatte wieder einen guten Schuss abgegeben hier oh mein Gott, danke, guter Pass danke, die Schuhe mache ich nochmal danke, so mache ich nicht, danke so mache ich auch nicht, danke danke geht auch hier ich bleibe hinten das hat nicht viel gebracht, wenn ich hier bleibe ey Leute, was mache ich hier bitte hier eine Volk Jou Killalex230 oh, das bin ich ähm ich habe ein Tor gemacht vielleicht ein bisschen geklaut weiß nicht ne, ist nicht geklaut, oder? ne, ich glaube nicht mh war halt eine gute Vorlage ich glaube, von mir noch eine Minute und wir führen der komische Tommy wollte gerade schon aufgeben obwohl es nur 2-0 gestanden hat hallo ich habe noch nie aufgegeben okay, das war gelogen aber, äh, au jetzt seid ihr ein Tor schuss was soll denn Mist hier eigentlich bitte treff aber dieses doofe Tor nicht Ah, deswegen Okay Ja, ne, ich hab gedacht, ich weiß nicht so Das ist aber nicht Bam, so, jetzt Jetzt hau ich eine raus, komm, komm, nein Ah, das war kacke Okay, und Tor für die anderen, nein, Spaß Oh, das war mein Tablet Damit steht jetzt 3 zu 2 Und wir haben gewonnen Okay, so Er hat ein paar Punkte mehr als ich Aber ich hab den besten Ping Ich glaub, das Nindrix ist das Beste Meine ich, ja, müsste eigentlich Das ist schon mal super So, dann such ich schon mal das nächste Match Für die nächste Runde Ja, ich jetzt noch Eine Runde Mache Ja, ich such mal das nächste Match Für das nächste Let's Play Heute vielleicht Ein bisschen kurz die Folge Aber, ähm Das tut mir leider Das tut mir leider leid Ja, wir haben einmal gewonnen Einmal verloren Und damit sag ich Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Rockleach Leute Wenn es wieder heißt Rockleach Ähm, bis dahin Ciao Ciao Tschüss Natasha